Die Frage nach den echten Berufen der Wollnys ist nicht ganz einfach zu beantworten. Böse Zungen behaupten nämlich, dass Silvia Wollny diesbezüglich flunkert. Immer wieder kommt die Frage nach den richtigen Berufen der RTL2-Familie Wollny auf. Klar, Silvia Wollny und ihre Kinder sind ganz offenbar TV-Darsteller, doch das war nicht immer so. Bevor RTL2 auf die Großfamilie aus Nordrhein-Westfalen aufmerksam wurde, lebten Silvia und ihr damaliger Hermann Dieter Wollny von Hartz IV. Geldnöte waren an der Tagesordnung. Heute hat sich vor allem Silvia ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Doch was hat sie gelernt, bevor sie von Stütze lebte? Und welche Berufe haben ihre Kinder und deren Partner? Welche Berufe haben Silvia Wollny und Harald Elsenbast gelernt? Mama Silvia ist nach eigenen Angaben ausgebildete Hotelfachfrau. Ein Insider behauptete aber einst gegenüber TV-Movie, die 59-Jährige habe diese Geschichten nur erfunden, in Wahrheit noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet. Wer die Wahrheit spricht, bleibt offen. Ihr neuer Lebensgefährten Harald Elsenbast wiederum soll eine Ausbildung als Forstwirt abgeschlossen haben und auch gelernter Bürokaufmann sein. Das Paar geht jedoch keinem dieser Berufe nach, sondern finanziert sich über die RTL2-Doku und Kooperationen auf Instagram. Auch andere TV-Formate spülten Geld in die Kasse. So kassierte Silvia Wollny beispielsweise ab, als sie 2018 Promi Big Brother gewann. Die echten Jobs der Wollnys, nur Sarah Gin arbeitet nebenher. Bei den Töchtern ist die Lage rund um das Thema Ausbildung und Beruf ähnlich schwammig. Von Tochter Sarah Fina Wollny hieß es einst, sie sei ausgebildete zahnmedizinische Fachangestellte, sie scheint aber nie wirklich in diesem Job gearbeitet zu haben. Aktuell kümmert sie sich als Hausfrau und Mutter um die drei Kinder Emory, Casey und Hoop. Ihr Freund Peter Wollny, ehemals Peter Heck, ist eigentlich Garten- und Landschaftsbauer. Lavinia Wollny wiederum soll einst eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen haben. Estefania Wollny ist nebenberuflich Sängerin, brachte sogar schon ein Album heraus. Als fleißigstes Familienmitglied gilt jedoch Sarah Gin Wollny. Sie ist sowohl ausgebildete Sozialassistentin als auch examinierte Altenpflegerin. Erst kürzlich wechselte sie ihren Arbeitgeber. Was arbeiten Kalanta Wollny oder Silvana Wollny? Und der Rest? Silvana Wollny scheint nie eine Ausbildung gemacht zu haben. Die Informationslage ist jedoch diffus. De facto kümmert sie sich neben den Dreharbeiten zur Serie als Hausfrau und Mutter um die Töchter Selina Sophie und Anastasia. Dafür ging ihr Lebensgefährte Florian Köster lange arbeiten. Er ist Fachkraft für Lagerlogistik. Ob er dieser Tätigkeit noch nachgeht, ist offen. Loredana Wollny hingegen verfolgt weiterhin berufliche Ziele und plant, eine Ausbildung zu beginnen. Auf der Website ihrer Gynäkologin Cornelia Andresen wird sie als zukünftige Auszubildende aufgeführt. Nach der Elternzeit wird Loredana Wollny eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten beginnen, steht dort geschrieben. Untertitelung des Ziele